willkommen zum star ocean the last hope genau hier haben wir aufgehört und wir schauen mal wie es weitergeht ok die umgebung ist jetzt abgekühlt ich muss jetzt mal wieder reinkommen er bricht noch mal meine bonus dafür ok das ist ein ring immer weiter hinein muss das schaltet sich nicht ab dass das nicht so ist so w 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 Nichts ist direkt hinterher Dass es immer die Zeit ist, wo ich mich nicht bewegen kann, zum Ausweichen Das ist echt etwas nervig So, jetzt darf ich weiter, wo muss ich hin? Okay, das ist jetzt ein Kreis Schonmal da rein Okay Ich habe mich doch noch zurückgedreht Warum bin ich überrascht von? Okay, es ist einfach unsichtbar Jetzt ist es Zeit für die Abilanzierung Ich hoffe, es war irgendwie klar, dass wir den langen Weg nehmen müssen. Ja, das ist ein Elementbrecher. Ja, es wundert mich auch nicht, dass ich da raus muss. Im umständlichsten und längsten Wegspiel des Gips sind wir genommen. Wie soll es auch anders sein? Oh, es sind drei Schalter da. Ja, ich wollte gerade ausweichen. Aber er wollte mich nicht lassen. Ja, meine Ostatte ist wieder weg. Wunderbar. Ich bin so glücklich, dass alle sicher sind. Und dann komme ich zu dem Schalter da vorne. Ah, da. Okay. Ah, okay. Ich sehe dann die Kraftfelder, wenn das alles vereist ist. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Verstärkerstab. Ein neuer Stab, wahrscheinlich für Limmel. Ja. Ein Stab, durch den die symbologischen Fertigkeiten seines Trägers vergrößert werden. Wäre gestillt von den Kardianorten. Nehmen wir natürlich. So, hier wieder ein Schalter. So, ich muss jetzt die nächste wahrscheinlich rechts werden. Kettenkünder starten während Blancets, okay. Und das war ein schneller Kampf. Genau, 555 Punkte Schaden zufügen. So, dann muss ich wahrscheinlich da nach vorne. Komm, schalt dich ab. Und da rechts ran. So, und da. Gut, das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich zurück. Dann war es, die eine Truhe hole ich mir jetzt nicht. Da gehe ich hier nach links wieder. Rechts und wieder rechts. Rechts und wieder rechts. Und da hinaus. Okay, ein Schalter. Ein Hell. Fortale. Gut, aber alles zuöglich übermachen ist. Das hat mir mit dem Level ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, der Schleude ist ganz schön hier. Yep, es ist Rektsaber. Ja, ich habe keine Kombo-Klinge. Ja, ich habe keine Kombo-Klinge. Das ist ein klimaktisches Affair! Hier, dann stellen wir das wieder. Da ist eine Kiste. Okay, das ist aber zu. Aber ich kann hier weiter. Mehrfach Todesstoß. Ich habe nur noch geäußert. Bring ihn an! Oh nein. Da vorne gibt es noch eine Kiste. Ich weiß schon ob ich da hin komme. Ja, da komme ich hin. Da kommt der Kiste. Ich kann das nicht mehr kenne. Ich kann das nicht mehr kenne. Nicht mehr kenne ich. Das Problem ist ja nicht mehr kenne ich. Das bleibt aber, wie ihr siehst. Okay, jetzt macht er den Konto, oder? Ja. Wacht er. Ah, hier ist ein General. Nein. Nein, er macht den Konto. Ich hol den Konto. Okay, die anderen haben das für mich erledigt. So, wie sieht es hier aus. Wieder ein großer Ring. Ja. Wir haben nicht Zeit, um zu spielen. Wir haben Zeit, um zu spielen. Wir haben Zeit, um zu spielen. Wir haben Zeit, um zu spielen. Also, mein Lieblingsbereich ist das nicht. Und fuck, was sind das für Gegner? Wachen generell. Oh. 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 Oh, das war. Oh. 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 Oh, hier in die Kiste. Furem-Boost. Und das, äh, ich hab kurz zu sagen, ich konnte mal. Ok, schön viele Level-Ups wieder. Gut, hier sehe ich schonmal, dass es zu... ... hat funktioniert gelaufen. Oh, okay, mal wieder. Oh, okay, mal wieder. Bring' ihn an! Ich habe jetzt gesehen 3000 Treffer erzielt. Ok, das heißt ich muss weiter nach innen hinein. Gut, aber ich würde sagen, das sehen wir dann erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal! Okay. 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 Okay.